Guten Morgen, Zeit für Frühstück. Bei mir gibt es jetzt 150 Gramm, nee, 100 Gramm Haferflocken und 50 Gramm Reisflocken. Bin ich gespannt. Ich mache das ja immer nur mit kochendem Wasser. Ich bin nicht der Fan davon, dass da irgendwie so mit Milch mag ich gar nicht. Und ich mag auch nicht, wenn das irgendwie süß ist oder so. Aber vorher gibt es eine Banane und die ist natürlich definitiv selb. Aber diese Pappe braucht noch ein bisschen.